Oh, die haben Mute? Schade, ich hätte wieder Thatcher nehmen sollen. Nein, direkt reingeprettert. Ey, guck mal, der ist ja wieder im Team, der Lappen. Ich glaube, der rastet aus, weil wir gegen den eben schon gespielt haben und wir haben den komplett zerlegt, kann das sein? Ja. Schieb Babao, schon. Babao, was? Da fuk. Hey, willst du ein Loch? Loch! Wer hat denn hier ein 500er, wo schlabbert der? Hä? Oh, da ist gerade ein Dropper aufgegangen. Und da ist tatsächlich einer am Dropper. Ich glaube, es hackt. Mein Team, Ritards, ist gestorben. Sweet irony. Er quittet sich in Rage. Banana bone. Mana, mana. I got the feeling, so appealing. Kennt heute auch keiner mehr, ne? Da? Da ist Mira drinnen, aufpassen. Aufpassen. Bei mir? Hier ist Mira drinnen, unten im Hauptflur. Alles klar. Äh, Kavira ist glaube ich oben. Zumindest wär's typisch für Kavira. Oder Bandit. Auf jeden Fall hab ich hier an der Seite Appendix. Da oben der Dropper ist offen, da hab ich gerade ne Gestalt gesehen. Getalt. Okay. Ja. Da ist er. Der Bastard. Im Flur irgendwo, Treppe, irgendwas, keine Ahnung. Wollen wir nachher mal den Trick mit dem Mira Fenster machen, dass da so ein winziges Killinghau entsteht? Kann man machen, ja. Hier ist auch einer roter Container, hab ich kurz markiert. Warte, warte, da ist er. Rote Container. Hab ich nicht gesehen. Der Bastard ist auch noch da, Appendix. Auf der anderen Seite. Treppe ist einer oben, unten, keine Ahnung, irgendwo. Da ist. Treppe runter links, da. What? War grad was. Nein. Weg da, weg da, weg da. Das schaff ich da so nicht, hm. Alles eine Frage der Perspektive. Momentan seh ich gar keinen mehr hier oben. Einer ist unten. Sind aber noch zwei, ne? Ja. So viel Zeit haben wir nicht mehr. Ne. Ring, 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 ring. Appendix, wär cool, wenn du dich in der Nähe vom Mira Fenster aufhalten könntest. Na, ich guck von hier rein grad. Ich würd die nämlich gern ein bisschen in die Richtung treiben. Hier sind überall Fußspuren. Ich mag, ich analysiere. Ist analysiert. Super. Okay. Das ist Rook. Ja, Rook hab ich grad schon gesehen. Wir müssen rein, ey. Ja. Ich spring ihn jetzt runter, ihr Fotzen. Röndet ist auch unten, die sind beide unten. Alles klar. Bin down, bin down. Ich auch. Really? Hat mich mit... Dich hat er mit Strom getötet? What? Ja, Rook hat mich down geschossen und ich bin im Stromdraht gelandet. Ich kann da nicht rein, warum nicht? Weil das zu klein ist, das Loch, deswegen. Ich war schon drin. Und dann hat's mich zurückgerobberbandet. Warum machst du nicht deine Termitladung dran, ob du behindert bist, hab ich gefragt. Ja, pff. Geht nicht. Lochzug. Da ist ein Loch drin. Ich war schon drin, ich bin reingefallen, Alter. Ah, der wird dich kicken. Dann mal doch direkt F5 drücken. Und schon wieder der Waffenskillback bei jedem einzelnen Operator bei mir. Was ist das? Hm. What the fuck, ey? Macht wer den, äh, First Speaker Trick? I don't understand this shit. Jo, ich probiere. So. Ein Kill, zwei Kill, drei Kill. Jo, easy. Vor allem nur noch vier Gegner. Das, das ist sweet. Ich hab grad wirklich nichts besseres zu tun, als Appendix hinterher zu rennen und die ganze Zeit seine Fenster zu muten. Finde ich gut. Gefällt mir. 100 Punkte! Juhu! Ich seh gar keinen. Ich hab mir ein winziges Killing-Hall auf die Treppe gemacht. Ah, ich glaub Uruk hat wen gesehen. Ring, 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 Ring. Bananaphone. Was da? Ja. Hallo? Ja. Der eine Typ bleibt bei mir auf der Stelle. Von uns. Okay. Kiki, 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 flieg gleich raus oder wie auch immer der heißt. Kiki, Kiki. Kiki, Kiki. Kiki, Kiki. Kiki, Kiki. Kiki, Kiki, Kiki. Der flieg gleich raus. Okay. Rechts. Und rausgeflogen. Großartig. What? Ich dachte, ich dachte die... Oh, Ash ist fast tot. Oh, Blackbeard. Zwei. Da wo markiert ist. Da sind zwei. Und ich hab'n dritten gehört. Die sind alle ungefähr da. Oh, my God. I'm so fucking dead, bro. It's not even funny. I tell you. Oh, my God, bro. Bro. Schön. Da kommt noch einer. Nein! Das gibt's doch nicht. Was kann ich für ein Pech haben? Der ist auch down. Ich glaub, die sind beide down. Ich glaub, das ist nur noch... Ash ist drinnen. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Ich wusste es. Gigi. Fucking wreck, boy. Fucking wreck. Wie viel... Wie viel... Wie viel Insekten dürfen in einer Tafel Schokolade drin sein? Genau. Damit's immer noch als Schweizer Schokolade zählt, meinst du? Ja. Kommt... Kommt ein bisschen auf die Firma drauf an, ne? Nee, nix. Natürlich. Und Schüsseler. Ich könnt wetten, die werden aus Versehen beim Rösten mitgeröstet. Ach, die sind hier! Ach... Was ein Glück, dass wir Thatcher und Termite haben, würd ich sagen. Ne? Und überleben war nicht die Rede. Ich hab nur gesagt, dass Insekten drin sind. Ja, ne, aber das wird ja vorher gewaschen und gedampft... Shit! Genau in den Mute gesprungen. Egal. Dann wird's noch abgesaugt und alles Mögliche. Also die Chance, dass da wirklich was hängen bleibt drin ist ziemlich klein. Valkyricam ist irgendwo da draußen. Ja, hab ich mir jetzt fast gedacht. Die rompt die Fahrzeuge auch direkt, ne? Weil das ist die einzige, die nicht entdeckt ist. Und die Kamera wieder angelassen. GG. Alle dran vorbei. Ist wohl sehr beliebt, dran vorbeizulaufen. Wenn der 24. Boah, und direkt Tashankas dickes MG drauf ausgerichtet. Tashanka ist down. Ich hab zu füge. Ich hab zu füge. Gut gemacht, Montagne. Warte. 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 Scheiße, der hittet mich. Warte, Mann. Ich hab noch euer Leben da jetzt. Fucking hell, ey. Da ist ne Valkyricam. Oh. He's down. Kill him. Pass auf. Valkyricam sitzt oben in dem Raum, wo ich immer hocke, glaub ich. Ja, iss. Vorletzter. Perfekt, und rein. Valkyricam die letzte. Super. Meine Fresse. Ey, Schatz. What? Die war so überrascht, mich zu sehen mit dir im geilen Arsch. Du stehst halt wirklich auf die. Aber ich glaub, die waren gar nicht drauf eingestellt, dass wir da so schnell aufmachen. Ich mein, das war fast zeitgleich, dass Hibana, äh, die Ladung dran geklatscht hat und ich eben, äh, die EMP-Granate dran geschmissen hab. Also das war grad gnadenlos zerlegt. Würde ich mal sagen, oder? Und ich hab sie von hinten gefickt. Also wir kamen alle von Seiten, wo sie nicht drauf eingestellt waren. Das ist ja mit Checkloss, das kann doch gar nicht sein, Alter. Oh, wir sind hier. Schreib den mal an auf Facebook, dann sieht er so auf dem Handy. Nö, schade. Der ist doch gar nicht online. Ja, eben, aber der kriegt ne Meldung. Der hat Messenger drauf. Ich weiß nicht, ob wir hier aufmachen. Warum sind meine Skins alle weg? Mann! Machst ne neue drauf. Why, boy, why? Bis Jubis. Vielleicht einfach nicht mehr ausgerüstet. Na, ich freu mich, ey. So 20.000 Operator alle wieder mit Skins zuklatschen, ey. Genial. Ach, klar. Darf ich auch machen. Hör auf zu greinen. Sonst verstehe ich mal enttäuscht. Oh, warte. Ich mach mal was Intelligentes. Was? Es geht? Ja, ich kann auch was Intelligentes machen. Warte, ich trau das auch nicht ganz. Das war Red Container oben. 100 Uhr. Ich setze das Gerät an. So wie das Wumms gemacht hat, du. Ja, bestimmt. Na ja, gut zu wissen. Hier fehlt noch ne Wand. Appendix, hast du noch ne Wand? Nö, leider nicht. Aber nö. Nö. Leider nicht. Leider nein, leider gar nicht. Ui. Bums. Jetzt spät der mich hier ein. Okay. Bin ich jetzt nicht allzu schlimm. Elfo. Elfo. Kork. What? Juuuri. What? Gekloppt grad. Wer kann das sein? Jo, ich hab gekloppt. Jo. Ich würd mal sagen. Oben. Elben. Am, äh, Red Container. Oh, wat ne Überraschung. Aufbossen. 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 Das wird wieder so hektisch gleich. Ja, schau, scheiß Schnauze. Beppe ist auch weiner. I probably need to help gleich. Ohne. Ohne Down. Ihr müsst gucken. Sonst geh ich gleich drauf wahrscheinlich. Ich guck, ich guck dahin. Hilft das? Wenn du unten schon durchguckst mit den Füßen, wär schon mal Knorkel. Ich hab ein Killing Hole. Auf die Markierung. Hier. Siehst du's? Ja, ja, ich seh's. Ist das gut? Ja, da ist einer. Rapper ist auch einer. Füße. Hat grad mächtig noch gefressen. Füße sind nicht unsere Freunde. Nein. Nein. Sag ich doch. Der Kevin. Nein. Ach, come on. Da kam zwei. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Da kam zwei. Mensch, da schnauze jetzt. Fuck ey. Schade. Nee. Keine Chance gehabt. Du hast die vorne die Tür mit Matte zugemacht da, Bennix. Da kam ich nicht mehr rein. Das hättest du nicht machen dürfen. Wenn ich im Flur sitze und da campe, dann darfst du nicht den Hauptdang dazu machen. Okay, dann machen wir's jetzt besser. Soll ich Puls nehmen? Mhm. Mhm. Äh, Castle. Mhm. Ach, meine ganzen Waffenabsätze sind auch weg. Wunderschön. Das hat ja auch mal. Muss halt wieder alles dran machen. Wunderschön doch. Es ist halt super, wenn's einem direkt vor nem Gefecht auffällt. Wenn's einem R-Stimmengefecht auffällt, ist's noch besser. Okay, hier hab ich jetzt eine dran, Alter, wieder bei Bennett. Okay, wo soll ich jetzt nicht zumachen? Okay. Du sollst die Tür zumachen. Okay. Und die da vor allem, wo der jetzt die Matte gemacht hat. Und dann die, und dann die hier noch bei euch. Die Tür, und dann noch die hier. Oh, die spielen Mira. Leute, die Außenwände sind nicht verstärkt. Ja, was soll ich machen, ne? Eine kann ich noch zumachen, das war's. Ja, perfekt. Ich glaub, das reicht. Ja, reicht. Alter, Mira, verpiss dich. So. What the fuck? You shall not pass! Warum hat er dich grad geteamkillt? Hey, wie? Da kommt mir... Wie, da kommt Hibana durch. Ach, Badger. Ja, okay. Der Bastard. So. Eine ist down. Ich setze das Gerät ein. Ich chill auch im Flur. Ne? Hier klopft wer. Don't klopfen weils. I say what what in the butt. What what what? In your butt. Da sind sie. Da sind sie. Hier sind sie schon drinnen. Hä? Sie sind drinnen? Hallo. 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 Ich kann da nur ran aimen und ich seh nix. In dem Raum bei A sind sie. In dem Raum bei A sind sie. Einem Türrahmen. Hinter dir geht was auf. Klein hinter dir. Danke. Okay. I say what what in the butt. Nein. Ach come on. Gerade in der scheiß Animation. Ich könnte nicht besser werden. Ich könnte nicht besser werden. Ich bin nicht besser. Frost be careful. Hibanas sind auf der leften Seite. LEFT 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 LEFT! Ach. Er ist so dumm. Da. Siehst du? Das kann ich nicht handle. Markieren. Markiert. Bei dir kommt einer rein. Bei der anderen Tür. Hä? Da ist auch die Drohne. Der ist noch am Spot. Und der Markierung. Der andere ist bei der Tür. Oh. Tschüss Kamera. Was? Warum hat denn da keiner was gesagt? Seid ihr wissen? Vielleicht weil wir es nicht wussten? Ne. Das wussten wir nicht. What? Er ist überhaupt nicht mal da getötet worden.